Manche sagen, die Welt befindet sich in einem goldenen Zeitalter des Whisky. Und keine Sorge, ich werde nicht so weitersprechen. Nun, weltweit steigt die Nachfrage und in vielen Winkeln des Globus sprießen Distillen aus dem Boden. Die klassischen Whisky-Länder sind und bleiben jedoch ohne Zweifel Irland, Schottland, Kanada und die USA. Doch was macht die Whiskys dieser vier Länder aus? Wo liegen Gemeinsamkeiten und vor allem Unterschiede? Genau darum wird es in diesem Video gehen. Nicht jeder amerikanische Whisky ist ein Bourbon, aber jeder Bourbon ist ein amerikanischer Whisky. So darf ein Whisky sich Bourbon-Whisky nennen, wenn er in den USA aus einer Getreidemischung, die mindestens 51% Mais enthält, hergestellt wurde, in frischen, ausgebrannten Eichenfässern gelagert wurde und keinerlei Zusätze enthält. Bourbon an sich hat keine vorgeschriebene Mindestlagerzeit. Doch Straight Bourbon muss mindestens zwei Jahre lagern. Wenn für seine Produktion ein Whisky jünger als vier Jahre verwendet wurde, muss dies auf dem Etikett explizit vermerkt werden. Im Klartext heißt das, dass die meisten Bourbons, die ja eben Straight Bourbon sind, die man so bekommt, mindestens vier Jahre alt sind. Häufig hört man von Lagerungen in amerikanischer Weißeiche. Das ist tatsächlich mit Abstand die üblichste Fassart bei Bourbon, aber keineswegs gesetzlich vorgeschrieben. Wichtig ist nur, dass der Bourbon in frischen, ausgebrannten Eichenfässern lagert. Rein theoretisch kommt also auch jede andere Art von Eiche in Frage. Die amerikanischen Whisky-Richtlinien sind in manchen Details ziemlich kompliziert. Sogar Leute, die sich wirklich gut mit Bourbon auskennen, diskutieren über manche Punkte. Einer dieser Punkte ist zum Beispiel die Frage, ob die Regelung, dass keine Zusatzstoffe enthalten sein dürfen, sich auf Bourbon per se oder eben nur auf Straight Bourbon beziehen. Nun, die Antwort ist die, es bezieht sich auf Bourbon per se, aber bei anderen amerikanischen Whiskys kommt es da doch auf den Begriff Straight an, zum Beispiel bei Corn oder Rye Whisky. Also, für alle Bourbons und für alle Straight Whiskys gilt, keine Zusätze. Farbstoff und auch Aromatisierung sind tabu. Auch eine Nachreifung in einem gebrauchten Fass, zum Beispiel einem alten Portwein- oder Sherryfass, gilt hier als Zusatz. Das Endprodukt wäre hierbei also für sich gesehen kein Bourbon mehr, sondern eben ein Bourbon nachgereift in einem Portwein- oder Sherryfass. Und so muss es auf der Flasche dann auch vermerkt sein. Wie schon gesagt, der Großteil, der größte Teil von Bourbon ist Mais. Die sekundäre Hauptzutat ist für gewöhnlich Roggen. Der Mais sorgt für einen kräftig süßen Grundgeschmack. Der Roggen fügt meist eher herbe, trockenere, würzige Noten hinzu. Bei wenigen Bourbons wird statt Roggen Weizen verwendet. Das merkt man auch immer deutlich. Man hat einen leichteren, flacheren Geschmack. Für gewöhnlich enthält Bourbon auch einen kleinen Anteil gemälzter Gerste. Meist so 5 bis 10 Prozent. Und natürlich hat dies auch Einfluss auf den Geschmack. Aber ohne jetzt zu spezifisch werden zu wollen, ist ein gewisser Anteil gemälzter Gerste bei der Whisky-Herstellung auf biochemischer Ebene sehr vorteilhaft für die Fermentation. Die Lagerung in frischen, ausgebrannten Eichenfässern gibt einen ganz tiefen, kräftigen Geschmack. Oft auch schon in recht kurzer Zeit. Wichtig sind hier die verschiedenen Brenngrade. So können Fässer eher schwach oder eher stark ausgebrannt werden. Bei den besonders stark ausgebrannten hat man dann eine sehr, sehr hohe Geschmackseinwirkung. Diese Bourbons sind oft tiefer und kräftiger. Natürlich spielt aber alles in Kombination miteinander eine Rolle. Und das Machen von Whisky ist eine zu große Wissenschaft und Kunst zugleich, als dass das hier in ein paar Minuten dargelegt werden könnte. Wo wir vorhin schon vom Roggen gesprochen haben, der, man könnte vielleicht sagen, zweitwichtigste US-amerikanische Whisky ist der Rye Whisky. Rye bedeutet natürlich nur Roggen und ist im Gegensatz zum Bourbon kein nur auf die USA zu beziehender Begriff. Aber in den USA muss Rye Whisky auch bestimmten Regeln folgen. So muss er mindestens aus 51% Roggen bestehen. Ansonsten gelten für Straight Rye genau die gleichen Regeln wie für Straight Bourbon. Rye Whisky. Das ist übrigens eine gute Gelegenheit, um zu den nördlichen Nachbarn der USA überzugehen. Warum, zeigt folgender kurzer Blick in die Geschichte des kanadischen Whiskys. Ursprünglich, so im 18. und 19. Jahrhundert, hat man in Kanada vor allem Whisky aus dem reichlich verfügbaren Weizen hergestellt. Der daraus entstehende Whisky war vorwiegend leicht und eher flach im Geschmack. Man sagt, dass dann irgendwann Einwanderer aus den Niederlanden und Deutschland anfingen, diesen leichten, milden Weizen-Whisky mit Whisky aus Roggen zu vermischen. Diese zusätzliche Würze hat den Kanadiern wohl so gut gefallen, dass dies schon bald zum normalen und in Kanada üblichen Whisky wurde, der dann auch einfach häufig Canadian Rye genannt wurde. Wegen dieser speziellen Geschichte des kanadischen Whiskys darf sich heute jeder in Kanada hergestellte Whisky übrigens Rye Whisky nennen, selbst wenn kein einziges Roggenkorn in der Produktion verwendet wurde. Trotzdem muss man sagen, dass für die meisten kanadischen Whiskys gilt, dass diese Tradition in gewisser Weise fortlebt, denn die meisten kanadischen Whiskys sind sogenannte Blended Whiskys. Hierfür wird ein Basis-Whisky hergestellt, heute eher aus Mais als aus Weizen, und dieser wird dann nach der Destillation und Lagerung mit einem eigens hergestellten, geschmackvolleren Roggen-Whisky vermischt, also blended. Kleine Anmerkung am Rande, der große Unterschied zur US-amerikanischen Vorgehensweise ist, dass eben hier nach Destillation und Lagerung vermischt wird, während die amerikanischen Getreidemischungen immer schon vor der Destillation zusammengestellt werden. Aber zurück nach Kanada. Dieser Basis-Whisky wird meist so destilliert, dass er leicht und eher zurückhaltend im Geschmack bleibt, aber es muss gesagt werden, es handelt sich hier nie um neutralen Industriealkohol. Manchmal hört man die Aussage, dass hier neutraler Industriealkohol hergestellt wird, das ist aber falsch. Auch dieser leichte, flache Basis-Whisky, den die Kanadier machen, ist vollwertiger Whisky. Für Kanadier Whisky gilt eine vorgeschriebene Mindestlagerzeit von drei Jahren. Erwähnter Basis-Whisky wird allermeistens in gebrauchten Bourbon-Fässern gelagert. Der geschmackvollere Roggen-Whisky wird zumindest manchmal auch in frischen Eichenfässern gelagert. Anders als die Bourbons und alle Straight-Whiskies der USA darf Canadian Whisky explizit Zusätze enthalten, und zwar genau bis zu 9,09% des Gesamtvolumens. Dies schließt nicht nur die Möglichkeit der Färbung durch Karamellfarbe, auch Zuckercouleur genannt, ein, sondern auch die geschmackliche Anreicherung des eigenen Whiskies durch völlig andere Spirituosen. So gibt es vereinzelt kanadische Whiskies, die einen kleinen Anteil Bourbon, Scotch, Cherry oder auch andere Spirituosen enthalten. Wo wir gerade Scotch erwähnt haben, kommen wir nun zu einem der ganz alten Whisky-Länder, Schottland. Bei schottischem Whisky, beziehungsweise Scotch-Whisky, muss man grundlegend zwischen drei Arten unterscheiden. Erstens Malt-Whisky. Malt-Whisky wird zu 100% aus gemälzter Gerste hergestellt. Dies ist der Scotch mit dem besten Ruf. Man sagt ihm das komplexeste und tiefste Geschmacksprofil unter den Scotches nach, und es ist keine Seltenheit, dass sich Scotch-Genießer vor allem mit Malt-Whisky befassen. Zweitens Grain-Whisky. Grain bedeutet ja lediglich Getreide. Entsprechend darf für Grain-Whisky jedes Getreide verwendet werden. Meistens wird in Scotch-Grain-Whisky Weizen oder Mais verwendet, aber auch jedes andere Getreide kommt in Frage, zum Beispiel Roggen, Hirse oder Gerste. Der dritte im Bunde ist der Blended Scotch-Whisky. Dies ist eine Mischung aus Malt- und Grain-Whisky. Das Produktionsverfahren ähnelt im Großen und Ganzen dem des Canadian Blended Whisky. Auch hier wird meist nach dem Destillieren und Lagern verschnitten. Der Scotch-Blended Whisky macht den größten Anteil des produzierten und auch verkauften Scotch-Whisky aus. Wichtig ist auch noch der Begriff Single. So gibt es Single Malt- und Single Grain-Whisky aus Schottland. Dies bedeutet, dass die verwendeten Whiskys aus nur einer Destille stammen. Also wenn auf der Flasche Single Malt steht, dann sind alle Whiskys in dieser Flasche aus einer Destille. Bei Nicht-Single Malt beispielsweise können die verwendeten Whiskys aus diversen, teils sehr, sehr vielen verschiedenen Destillen stammen. Gelagert wird Scotch meist in gebrauchten Bourbonfässern, von denen es logischerweise genug auf der Welt gibt, denn wir erinnern uns, die Amerikaner dürfen ja für ihren Bourbon die Fässer immer nur einmal benutzen. Es gibt keine Vorschrift, wie oft die Schotten dann die alten Bourbonfässer verwenden dürfen. Bei relativ frischen Fässern ist die Geschmackswirkung natürlich deutlich ausgeprägter als bei denen, die schon viele Durchgänge hinter sich haben. Für verschiedene Scotches wird das verschieden gehandhabt. Es gibt zum Beispiel das Kriterium First Fill. Wenn das auf einer Flasche steht, heißt das, dass vorher Bourbon drin war und noch kein anderer Scotch, also dass es fast quasi direkt aus Amerika kommt und dann für den Scotch verwendet wurde. Aber es ist auch keine Seltenheit, dass Fässer vier oder fünf oder sechs oder vielleicht auch noch mehr Durchgänge hinter sich haben. Generell gehen die Schotten wohl vermehrt dazu über, First Fill Fässer zu benutzen oder, sagen wir mal, nicht so stark ausgelutschte Fässer. Bei der Lagerung von Scotch wird auch eine Vielzahl anderer Fässer verwendet, teils in Kombinationen miteinander. So ist es gerade für bessere Scotches keine Seltenheit, dass sie ihre meiste Zeit in alten Bourbonfässern verbrachten und dann ein Finish in beispielsweise Sherryfässern erhielten. Aber auch eine komplette Lagerung in Sherry, Portfine, Rum oder ganz anderen Fässern ist möglich. Ganz untypisch für Scotch ist eine Lagerung in frischen Eichenfässern. Man sagt gemeinhin, das harmoniert nicht gut mit dem Scotch. Allerdings gibt es einige Sorten, die zumindest ein Finish in frischen Eichenfässern erhalten. Übrigens, alles, was in der EU als Whisky verkauft werden möchte, muss mindestens drei Jahre in Holz gelagert worden sein. Das gilt auch für Scotch. Also die Mindestlagerzeit für Scotch Whisky beträgt drei Jahre. Ansonsten darf Scotch Whisky außer Färbung durch Zuckerkulör und, wenn man es genau nimmt, der Lagerung in alten Fässern, keinerlei weitere Zusätze enthalten. Eine ähnlich lange Whisky-Tradition wie die Schotten haben die Iren. Allerdings stellt sich hier schon eine große Frage. Nämlich, ob diese Tradition fast so lang, mindestens so lang oder sogar länger ist als die Schottische. Schotten und Iren streiten sich nämlich ein wenig, wenn es um die Frage geht, wer denn den Whisky ursprünglich erfunden hat. Diese Frage soll und kann hier nicht beantwortet werden. Als gesichert gilt jedenfalls, dass Whisky erstmals im 15. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde und dass der Begriff Whisky aus dem Gälischen herzuleiten ist. Nämlich von dem Gälischen Wort Viel treffender könnte es kaum sein, denn zu Deutsch bedeutet dies Wasser des Lebens. Nun, die Engländer machten schließlich aus Ischke-Baha, das für ihre Zungen sehr viel angenehmere Wort Whisky. Der für Irland einzigartige und eigentlich auch typisch traditionelle Whisky ist der sogenannte Potstill Whisky. Für diesen wird mindestens 30% gemälzte und mindestens 30% ungemälzte Gerste verwendet, sowie bis zu 5% anderes Getreide. Die Verwendung von ungemälzter Gerste sowie dem anderen Getreide unterscheidet ihn also von dem typisch schottischen Malt-Whisky. Und ganz allgemein sagt man, dass die ungemälzte Gerste den Whisky etwas würziger und tiefer macht als die typischen Malt-Whiskys. Im 19. Jahrhundert war der irische Potstill Whisky der beliebteste Whisky der Welt. Im späten 19. Jahrhundert waren beispielsweise 70-80% der weltweit konsumierten Whiskys Irish Potstill Whiskys. Aber wie es ja leider so oft ist, wer hochsteigt, fällt manchmal auch tief. So war es auch mit dem Potstill Whisky. Denn im 20. Jahrhundert lief ihm dann der weitaus billigere Blended Whisky den Rang ab. Der Potstill Whisky verschwand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast völlig von der Bildfläche. Und erst in den letzten Jahren unserer Zeit ist dieser traditionelle irische Whisky, wie ich finde, glücklicherweise wieder im Kommen. Trotzdem ist die irische Whisky-Landschaft nach wie vor vor allem von Malt-Whisky, Grain-Whisky und rein quantitativ vor allem von Blended-Whisky dominiert. Der irische Blended-Whisky ist in Irland meist eine Mischung aus Potstill-Whisky und Grain-Whisky. Irische Malt- und Grain-Whiskys werden für gewöhnlich wie ihre schottischen Pendants destilliert und gelagert. Und wie auch beim Scotch bedeutet der Zusatz Single hier stets, dass es sich um Whisky aus nur einer Destille handelt. Wie auch bei Scotch-Whisky dürfen bei irischem Whisky außer Zuckerkouleur zur Färbung und eben außer der Lagerung in alten Fässern keine Zusätze enthalten sein. Ebenfalls gilt natürlich die EU-weite Mindestlagerzeit von drei Jahren. So, ich würde sagen, das war das wichtigste und grundlegendste zum Whisky der vier traditionellen Whisky-Länder. Natürlich gibt es noch viel weiteres zu sagen. So gibt es beispielsweise verschiedene Destillationsapparaturen und auch bei den gleichen Apparaturen nochmal Unterschiede, die man erwähnen kann. Und natürlich wird auch in den USA mehr als nur Bourbon und Rye Whisky gemacht. Die dritte traditionelle Whisky-Art der USA ist zum Beispiel der Corn-Whisky. Und es gibt auch Straight-Corn, der dann wiederum den Straight-Regeln folgt. Sehr selten sieht man Whisky aus den USA, der sich Blended-Whisky nennt. Dieser spielt aber sowohl quantitativ als auch qualitativ keine große Rolle. Er hat keinen guten Ruf, folgt ziemlich dubiosen Richtlinien. Es gibt auch sowas wie Blended-Bourbon. Das ist aber kein Bourbon für sich. Das ist nur ein Blended-Whisky, wo ein gewisser Anteil, ich glaube mindestens die Hälfte, Bourbon sein muss. Der Rest kann wirklich alles möglich sein. Und die Richtlinien für amerikanische Blended-Whisky für die wenigen, die es gibt, entsprechen nicht denen von europäischen nach kanadischen. Also die europäischen und kanadischen sind da deutlich hochwertiger. Und es gibt sogar amerikanischen Malt-Whisky. Hier gibt es dann auch den Begriff Straight-Malt-Whisky. Und es gibt auch die ganz allgemeine Kategorie die American-Whisky, unter der manche amerikanische Whiskys geführt werden. All das ist natürlich interessant, soll aber Thema kommender Videos sein. Wir sagen vorerst, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffen, ihr fandet dieses Video genauso interessant wie wir selbst. Und freuen uns, wenn ihr bald wieder vorbeischaut bei The Bourbon Diaries. The Bourbon Diaries.